Heute im Test die 12,90 Euro teure USB-Glitterlampe von Perl. In der Verpackung verbergen sich neben einer kleinen Bedienungseinleitung mit näheren Informationen noch das eigentliche Gerät mit fest integriertem USB-Kabel. Sobald man nun die Glitterlampe an den Computer anschließt, beginnt sie zu leuchten, die Farbe zu ändern und die kleinen Teile im Inneren fangen an sich zu bewegen. Richtig gut kommt der Effekt erst zur Geltung, wenn es ein wenig dunkler ist. Besonders die Spiegelungen an den Wänden gefallen mir sehr sehr gut. Mir persönlich gefällt die USB-Glitterlampe von Perl sehr sehr gut. Sie ist zwar nicht eines der sinnvollsten Gadgets, aber trotzdem eine witzige Idee. Sie sieht klasse aus und erzeugt tolle Lichteffekte. Ich persönlich empfehle sie allen denen weiter, die eine witzige Lampe mit schönen Lichteffekten suchen. Ich persönlich empfehle sie alle, die eine witzige Lampe mit schönen Lichteffekte.